Guten Morgen, das ist mein gelener Hund, die Daisy Nakuguma und ich. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was über das IFNG, das wir bald haben am Freitag in Köln. Erstmal, dass ich mich tierisch darüber freuen werde, auf der Gamescom zu spielen, weil das einfach mal eine neue Erfahrung wird. Und dann gleich gegen MTV ist es einfach super klasse, gell, Maus? Ja, findet sie auch so gut wie ich. Und deswegen wollte ich euch nur dazu sagen, dass wir gut trainiert haben. Sprich, MTV wird sich ein zweites Mal warm anziehen können, ob LAN oder Internet, das ist hier völlig egal. Und deswegen ist es auch ein kleiner Kampfschrei oder eine Kampfansage nebenbei, dass wir euch wieder vernichten werden. Und zwar diesmal höher. Und ja, alles Gute und wir werden uns wiedersehen. Ciao!